Hallo Freunde und Herzlich Willkommen zurück zu Unreal 2 The Awakening Das letzte mal haben wir die Waterfront verlassen Was haben wir da noch mal gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr Wir haben diese Basis in die Luft gesprengt Warum ist mir immer noch nicht so ganz klar Warum eigentlich? Ja, aber es wollte ja wohl so Wollten die Typen wohl so, dass das alles in die Luft geballert wird Waren da irgendwelche Beweise drin oder so, keine Ahnung Ich musste die letzte Folge vielleicht nochmal gucken und blablablablabla Und die Beschreibung schreiben, was ich sowieso noch machen muss Aber egal, wir sprechen jetzt mit Ich bin spaßig, wenn ich Sie briefen darf Briefen darf Ja, jetzt schon Vermutlich bereiter als Sie sind Diese Züge hat unser Trägheitskontrollsystem beschädigt Wir müssen für die Reparaturen auf dem Planet Caledon landen Er hat eine atembare Atmosphäre, wenig Wasser und eine begrenzte Biosphäre Aha Ja Meine Güte Ich laufe also fort Mhm Der militärische Außenposten Kilo 5,7 dient als Reparatur und Vorratsbasis für Schiffe in diesen ansonsten unbewohnten Sektor durchqueren Hm Kufladen Wir werden uns hinter einer Schildwand verwerben Aber die Lernwege-Engel werden uns sicher bald entdecken Dann greifen Sie uns bestimmt an Kufladen Kufladen Okay, waren glaube ich irgendwelche falsche Fotos Verbumst Sie müssen Sie lange nicht aufhalten Damit Isak das Schiff reparieren kann Er wartet jetzt in der Waffenkammer auf Sie Oh Ja, du kommst scheinbar mit dem PC nicht so ganz klar, war Vor allen Dingen, hast du auch grad in die Luft getippt Ich kann das auch anmachen Ja, könnte ich das nochmal besser machen als er Na gut Lassen wir aber mal Wir wissen schon was wir machen müssen Wir müssen den Dienst müssen verteidigen Oh nein Verteidigen Oh Gott, ich glaube ich weiß welche Mission das war Oh, das war so eine richtig eklige Mission Der ich jetzt schon hier auch ganz viel schneiden darf Hier und drei hatte Fakten Cool Oh ne Oh ne An Seagoat Ja, das war tatsächlich diese Ziege da, die hier war Also, was meinen Sie? Verlorene alter Ruhm oder Pandora's Büchse? Hä, die müssen gefährlich sein Warum hätte man ihnen sonst diese Glyphen verpasst und sie über die ganze Galaxie verstreut? Wenn die den Kot schnacken, dann nichts wie weg Irgendwie finde ich die Story ein bisschen behämmert Woher kommt dieses Ding her? Sehziegel Muss an Wort gekommen sein, als wir die Marines von Sanctuary geholt haben Nur da gibt es sie, kleine Bigstar Hab ich schon mal gehört Wegen der Bewaffnung hier? Neee Lenden wir einfach und bringen wir es hinter uns Kein Problem Quatsch Ich finde es so ein bisschen dumm, diese Waffendinger eigentlich, weil Die haben eh immer nur ne sekundär, also primär und sekundär Funktion und Kann man auch selbst rausfinden Ähm Achso Kann ich einfach rausgehen Cool Ich glaube das war diese ekelhafte Mission, die man jetzt verteidigen muss Oh, die war übel Die war übel Aber ein bisschen einfallsreich eigentlich Bitte Schildwand deaktivieren Ja, das ist die Mission Schildwand unter Das Schiff Dampffeuer, das hat nur diese Ziege da gemacht, oder was? Ist klar Schildwand wird aktiviert Sehen sie mal Hallo Wie scheiße läufst du eigentlich? Ja, ja Das ist ein Geschenk der Marines, platierbare Plasmafeldgeneratoren Ja, ja, ja Ja, ja Das Aufheben eines beschädigten Feldgenerators repariert ihn nicht Wird er anderswo platziert, ist er immer noch beschädigt Trägt man mehrere, wird er am wenigsten beschädigte zuerst platziert Mhm Geschütztürme funktionieren genauso Sie haben ein eingeschränktes Blickfeld Das BFBs aktiviert den Turm Das Fadenkreuz zeigt an, ob ihm Schaden zugefügt wurde Da oben gibt die Turmme auf Auch sie bleiben beschädigt, wie die Generatoren Ups Die Dinger sind schlau, sie können Freund und Feind unterscheiden Und schießen nicht auf der Wind Neandri Wächterdrohne ist bald soweit Oh ne, ich hab keine Lust auf die Mission Ok Heißt also alternativ Wir könnten auch einfach nur ballern Ich nehm die mal mit Obwohl, die kann ich mal da lassen Ja, ich glaub es war hier links, wenn ich mich nicht irre Da waren die anderen Zu finden Müsste hier gewesen sein Ich hab das Spiel ja bereits gespielt Bin noch länger her Aber ich weiß noch, dass ich die Mission damals echt ein bisschen Bleh Fand Ich glaub es war auch auf Zeit Diese Dinger jetzt zu holen Weil sonst kann das glaube ich passieren Dass die, ja Die Truppen einfach alles niedermetzeln Ehe wir überhaupt diese Dinger gefunden haben Das wäre natürlich nicht so cool Nicht? Ich hab übrigens auch Ja da ist das Okay Ich hab übrigens auch ne Wespe in meinem Zimmer scheinbar Obwohl ich ne Wespenphobie hab Nein hab ich nicht Aber Ich mag Wespen irgendwie nicht Die mögen mich glaub ich nämlich auch nicht Hm Ich hoffe die sind nicht zu laut Oder macht irgendwer Stunk hier So und hier ist das schön Hoho Voll viel Sack Mal eben so in die Hosentaschen mit Eben die Fettengeschütze ne Ist ja klar Ich glaub von da hinten kommen dann die Die, 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 die Ska Ne, die Ska ist nicht Und die Andri sind die ja Scheinbar Die diese ominösen Tournaments veranstalten Naja Welche Waffe nehmen wir denn mal? Ich tendiere ja irgendwie zur Schrot ne? Die Mark Da ist mein Schrot Hm 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 So ich weiß noch nicht wie viel Zeit ich noch habe Alles klar Okay Sie kommen Na dann Wow Oh Sehr gut Okay Raketengeschützt Ähm Können wir mal eins hier hin Und eins hier hin Eins hab ich noch Hm Ich weiß nicht von welcher Seite die mehr kamen Ich glaub von hier Ja Wir haben nochmal hier einzeln So am besten die Raketenwerfer schön erstmal Ok man Engel nähren sich Engel nähren sich Nu Mutter nähren sich Ja ich weiß auch nicht wo ich diese Schilddinger jetzt hin tun soll Ein so Ding habe ich hier ja schon Oh Gott, es geht los Das ist ätzend Na gut, ich save ihn mal lieber nicht Bevor mir irgendwie Scheiß gleich passiert Damit ich für den Pfeil des Todes nochmal Ne Was geht da Das ist meine Sniper, die würde ich jetzt ganz gerne haben Aha Da oben ist einer Interessant Oh Gott Oh da Hoho Richtig schön geblöhh Na gut, bei mir ist es nicht so schlimm, ich kann mich ja immer wieder aufheilen, aber eben Ich schütze mich Aua Au Das sind Frauen, Mann Was ist denn das Scheiße Oh fuck Ähm Ja Richtig gut schon mal Ich würde eigentlich ganz gerne die Dinger wieder aufstellen So, zack Genau Ui Einer ist schon kaputt Kann ich die irgendwie reparieren? Ich glaube nicht Ich habe doch noch Hä Eine Raketengeschütze habe ich doch eigentlich noch Ach ne Habe ich nicht Ach komm Jolo Ich speichere einfach Die Musik, ey Warum spackt die in diesem Spiel so ab? So So Da oben Oh Gleich die Sniper gekriegt Was haben die ja noch nicht für Waffen? Ich glaube auch ein Raketenwerper, oder? Scheiße, keine Munition mehr Ähm What? Achso, ne Ich dachte, ich bin gerade wieder kaputt Ne, ne Habe ich doch mal den Knips abzuballern Nein Aua Uuh Ach Mist Vorhin erwartet Na gut, ich stand an der Wand Der Abprall Die Druckwelle hat mich getötet Na gut, ich habe ja gerade gespeichert Zum Glück War glaube ich doch eine richtige Entscheidung Ähm, Ladescreen rausschneiden Ja komm, ne Bis gleich Okay Da Ich habe mich gerade schön zurückgelehnt Um die Ladescreen warten zu lassen Und plötzlich ging die auf einmal richtig schnell So ab der Hälfte Und wir jetzt Ganz schnell Na gut So, von da kamen die dann glaube ich Ne Hallo Du da Weiter war Okay Mann, scheiße Ach, ach shit Ich habe mich nicht aufgeheilt Ich bin ein Idiot Nein Nein Okay Das war knapp So Hm Ich habe das Gefühl, wir bluten hier ein bisschen Fast fertig Ah, okay Ich kämpfe so schnell es geht Okay Mann, das wäre so Ich finde diese Synchroniser Also die Texte selbst gar nicht so scheiße Sie sind mitunter ganz lustig Aber Die Vertonung ist einfach so scheiße Ja Tut mir ja leid Die sind da gelandet Das heißt, von da dürfen eigentlich keine kommen Die Musik ist geil Sag ich das schon Gut, gut Wenn ich nicht immer spontan aufhören würde Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz dahin Wie, habe ich einfach noch ein Ne, sieben Ja Wo kamst du denn jetzt her Ich laufe auch noch genau rein Wow Richtig gut Aha Ich wollte gerade hingehen Und mir die Raketenwerfer holen Hm, ich finde die Frauen da drin Sehen ein bisschen aus Ja Ähm Man spürt sich hier minimiert Yay Das heißt, muss man irgendwelche Wow Irgendwelche Geräusche machen Damit ich wieder die Soundspur wieder abpassen kann Wo sind die? Da Moment Piu 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 Ich muss eine andere Waffe nehmen Ja, die bringt viel Oh, leckt mich doch Schön, dass wir die ausgerüstet Oh Hat mich gerade schon gewundert Von der habe ich doch eigentlich gar keine Munition mehr Na ja Gut, da kommen hinten welche Die habe ich schon gesehen Das Problem, dass ich irgendwie keine Munition mehr habe Bitte, was? What? Holy shit Holy macaroni Das ging jetzt aber flott Gut, ich lasse es mich mal kurz an Ich will mal gucken, ob der Laskin wirklich gleich auf einmal so schnell geht Ja, jetzt geht der allgemein gerade schneller Ich bin dann auf einmal so richtig schnell so Zup Hm Ja gut, das ist ja eh nicht so lange Jetzt kann ich mal kurz anlassen Verdammt Äh, wie mache ich die Typen platt? Hm Da kommen so viele und die haben mich mal eben so weggeballert Für unlogisch Na ja Ich glaube ich renne da jetzt einfach mal ganz schnell hin wieder Weil ich muss diese scheiß Raketenwerfer haben So und da links ist gleich wieder eine Genau du So Ja, das war doch legitim So schnell schweichern Scheiße Dass sie die eine mit ihrer Schrot Die mich eben mit drei Schüssen weggesnackt hat Ja, wo? Ach da Ja So Man, die ziehen so viel Ja, so ne scheiß Aiming Skills Da wollen wir ja sein Alter Vater Ja, ne Wo der Last Green geht hier einigermaßen schnell Deswegen schneide ich den jetzt mal nicht raus So, ich möchte eigentlich ganz gerne Diese Verteidigung noch in diesem Part schaffen Versteht ihr? Hm Na gut Dann Ich hab ja ein bisschen Hab ich ja noch was im Raketenwerfer Dann balle ich die einfach schnell damit weg Aber ich hoffe, dass es mal funktioniert Dann schön noch hab ich Oh Doch Wo ist der Kack-Raketenwerfer, Mann? Ich weiß nicht, auf welchen Tasten kürze Sieben, okay Okay Okay, jetzt brauch ich das eh nicht mehr Aber Oh wie? Scheiße Bitte, was? Ja, toll Alter Die haben scheiß Skills Die treffen auch jeden Schuss Ist ja so, als wenn die Auto Aim hätten, ey Nee Das geht nicht Wieder mein Partiteller-Spruch, ne Wie bei Portal 2 Wenn ich was nicht schaffe, dann geht es einfach nicht Da haben die Entwickler scheiße gebaut Ja, das ist nicht meine Schuld Nee, nee, nee Entschuldigung Mann So ein Mist Was sieht denn so gut Kann ja gar nicht wahr sein Moment, sieben Scheiße Man kann nicht Es geht neben dem Spiel Achso, das ist die Munition Oh Gott, ich dachte, es wäre ein Tasten kürze Die Zahl da unten Deine Mutter wird angegriffen Ganz ehrlich Spring No, ich hänge Oh, ich hänge eben fest Geh jetzt weg von meiner Basis Oh, und die treffen wieder aus 50.000 Meter Entfernung einfach Oh Mann Hör, der lebt ja noch Ich bin schon längst tot, aber ich habe immer noch diese Scheißgeschütze gehabt Mann So Mist Wen ist es dauert, der Ladescreen ist hier nicht so lange Vielleicht soll ich noch ein paar Feldgeneratoren errichten Das wäre ja eine Idee Und ich bin gerade gegen den Pop-Shirts gekommen Ich hoffe, das hat man die so laut gehört Hm Ich könnte ausrasten Mach schon weg, womit die Geräusche hier Mann, die treffen aus 50 Meter Entfernung, ey Gut Die Omi ist schon mal tot Alter Der hat sie doch nicht mehr alle, ey Kann ich mal ausfüllen? Danke Das Problem ist, dass die gerade hier reinkommen Was? Och Mann So langsam habe ich keinen Bock mehr Ey Boah, ne Boah, ne Das nimmt egelhafte Ausmaße hier an Soll ich einfach mal den Stürmer spielen? Oh, das ist so dumm, dass sie so wenig Munition haben nur noch Oh Och Mann Och Mann Mann, verdammt, das muss ich doch irgendwie noch schaffen Oh, der Part ist eigentlich vorbei Ein bisschen was möchte ich noch schaffen Ich schleibe mich von hinten an Irgendwie Das ist ja die einzige gute Waffe, die ich nur noch habe Och, die treffen auch aus 50.000 Meter Entfernung Ich hänge wieder in irgendeinem Stein fest Vielen Dank Och, ne Dumm ist, ich bin, ich bin ja so ein schlechter Shooter-Spieler, dass ich stillstehen muss, damit ich überhaupt schießen kann Lol Ein Schuss Ne Das schaffe ich nicht Mann Die Gegner sind hier ekelhaft gut Weil die echt aus 50 Meter Entfernung treffen Was ich nicht tue Weil ich schlecht bin Hm Langsam gehen mir die Ideen aus Weil ich habe immer so einer dummen Stelle gespeichert Oh, ich brauche mir irgendwie Waffen Ja, ich habe nur die Ja, danke Einfach drauf los stürmen So, speichern Wo ist der kack Raketenwerfer Wo ist denn der scheiß Raketenwerfer, habe ich gefragt Mann, wo ist denn der scheiß Raketenwerfer gewesen Oh, ich raste bald aus, ey Ohne Witz Es dauert so ewig, dass man die Waffen hier durchschalten kann, ey Das ist voll ungünstig Oh, man Oh, man Oh, man Leute, was ist denn das? Hm So, wo ist der scheiß Raketenwerfer Könnte der Raketenwerfer jetzt bitte gleich hier sein Nicht erst 50.000 Meter woanders Hä? Der ist weg Hä? Der ist weg Der ist weg, Leute Hä? Nö, der ist weg Warum? Okay Der Raketenwerfer ist weg Sehr schön Du bist das Ups Hallo Eine gute Waffe bitte Danke So, ich speichere jetzt einfach mal Na ja, ne Richtig gut gesetzt Ja, vielen Dank Ich hätte gerne mal bessere Munitionen Der Raketenwerfer ist einfach weg Nee, gibt's nicht mehr Finde ich sehr interessant Ja gut, Freunde Ich glaube, diese Welle da machen wir dann im nächsten Part Und ich würde sagen Wir sehen uns da wieder Oh Gott Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr habt jetzt gefallen Und Tschüss Und es wird verdammt schwer Ciao Tschüss Tschüss Ciao